Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Mann mit seinen beiden Söhnen. Sie waren beide wohlgeraten, nur Jakob, der Jüngere, machte ihm ziemliche Sorgen. Als der Küster aufs Felde kam, fragte er Jakob, Nun, Junge, weißt du denn schon, was du einmal werden willst? Ach, verehrter Herr Küster, hob der an, wenn's ginge, so würde ich gern lernen, dass mir gruselt. Der Küster lächelte in sich hinein und sprach, wenn's weiter nichts ist, dann kannst du bei mir lernen. Komm heute Abend zu mir, dann wollen wir weitersehen. Der Küster also nahm ihn zu sich. In der Nacht weckte Jakob. Steh auf, sprach er, läute die Glocken. Jakob wunderte sich zwar darüber, doch er tat, wie ihm geheißen. Der Küster warf sich unterdessen ein Betttuch über, denn er wollte Jakob einen Schrecken einjagen. Als Jakob nun im Glockenturm war und das heulende Gespenst erblickte, rief er, Hey da, wer seid ihr und was wollt ihr hier? Der Küster aber spielte weiter das Gespenst. Da rief Jakob, zum letzten Male, trollt euch oder ich werfe euch die Treppe hinunter. Doch der Küster dachte nicht daran zu antworten. Da packte Jakob das Gespenst und warf es die lange Holztreppe hinunter. Tags darauf brachte der schwer verletzte Küster Jakob nach Haus und erzählte, was passiert war. Da wurde der Vater sehr böse und sprach, Jakob, was sind denn das für gottlose Streiche? Aber Vater, verteidigte sich Jakob, ich wusste doch nicht, wer es war. Ach du Unglückskind, geh mir aus den Augen. Hier hast du 50 Thaler, geh damit in die weite Welt. Jakob bedankte sich und machte sich auf den Weg. Und damit ihm die Zeit nicht lang wurde, sang er sich unterwegs ein Lied. Ein Wandersmann hörte ihn, ich hab dein Lied vernommen, gib mir 50 Thaler und ich kann dir weiterhelfen. Der Wandersmann zeigte auf einen Baum, an dem sieben gehängte Baume hin. Unter diesem sollte Jakob eine Nacht schlafen. Dann würde er das Gruseln schon lernen. Und Jakob tat, wie ihm geheißen. Aber als er sich dann nahe beim Feuer wärmte, bedauerte er die Toten sehr. Er setzte sie neben sich ans Feuer, damit sie sich ebenso wärmen konnten. Als der Wanderer am nächsten Tage die Thaler haben wollte, lachte Jakob nur und sagte, nicht böse sein, aber ich kann euch das Geld erst geben, wenn ich das Gruseln gelernt habe. Zum Glück begegnete Jakob nun einem Fuhrmann, der tatsächlich wusste, wo man das Gruseln lernen konnte. Der sprach, nicht weit von hier ist ein verwunschenes Schloss. Darin befinden sich Schätze, die von bösen Geistern bewacht werden. Drei Nächte musst du darin überstehen. Und dem, der das geschafft hat, verspricht der König seine Tochter zur Frau. Bisher hat es aber noch niemand überlebt. Man sagt, alle hätten sich zu Tode gegruselt. Das gefiel Jakob und er ging zum König, um ihn zu bitten, die drei Nächte im verwunschenen Schloss verbringen zu dürfen. Glück auf den Weg, Bäuerlein, sprach der König und lächelte finster in sich hinein. Da war nun Jakob im verwunschenen Schloss und sprach immer wieder zu sich. Ach, wenn es mir nur gruselte. Aber nichts geschah. Auf einmal hörte er ein lautes Miau aus der Ecke. Zwei große schwarze Katzen kamen auf ihn zu und wollten mit ihm Karten spielen. Sehr gern, sagte Jakob. Aber erst muss ich eure langen Nägel schneiden. Und er packte sie, spannte ihre Pfoten in den Schraubstock ein und schnitt die Nägel. Immer mehr Katzen kamen herbei und die wollten Jakob das Gesicht zerkratzen. Aber er packte die Bestien am Schopf und warf sie hinaus ins Wasser. Als ich Jakob ins Bett legte und schlafen wollte, begann das Bett auf einmal sich zu bewegen. Vor, zurück, wild und ungestüm fuhr es herum, als wäre es ein Kutschbock. Hey, schneller, mein flinkes Schlittenbett, rief Jakob begeistert aus. Und das Bett raste durch die Stube, als wäre der Teufel hineingefahren. Doch, nun steh still, du flotter Federbausch. Aber die Fahrt wurde immer wilder. Gut, dann steige ich eben aus, sprach er. Sprang heraus und das Bett krachte gegen die Wand. Enttäuscht stellte der König am nächsten Morgen fest, dass Jakob die erste Nacht tatsächlich überlebt hatte. Als nun die zweite Nacht im verwunschenen Schloss anbrach, pulterte es im Kamin und ein Knochenmann kam auf Jakob zu. Verschwinde aus meinem Schloss, sonst bist du des Todes. Na, das werden wir erst mal sehen, sagte Jakob. Der Knochenmann blickte ihn grimmig an und sagte, Kulimax, Faridu Ba. Und augenblicklich kamen aus allen Ecken die Knochengesellen an und luden ihn zum Kegeln ein. Jakob ließ sich nicht lange bitten und kegelte mit. Als es Mitternacht schlug, verschwanden die Knochenmänner. Nun hatte Jakob noch eine dritte, letzte Nacht vor sich. Mit lautem Poltern öffnete sich die Tür und sechs Männer trugen eine Bahre herein, auf der Jakobs Cousin lag. Ach, komm her, Cousin, ich wärme dich, sagte Jakob und legte ihn zu sich ins Bett. Da öffnete der Cousin die Augen und wollte Jakob schlagen. Jakob packte ihn und warf ihn auf die Bahre zurück. Dann erschien plötzlich ein alter Mann und wollte mit ihm kämpfen, doch Jakob packte ihn am Bart. Und der Alte schrie, lass mich los, ach, lass mich los. Diese drei Kästen hier aus Gold sollen euch gehören, euch allein. Jakob bedankte sich artig, nahm das Geld und ließ den Alten laufen. Am nächsten Tag ging Jakob zum König. Dieser fragte, nun, wisst ihr jetzt, was Gruseln ist? Nein, sagte Jakob, ich habe drei Nächte im Schloss gewacht. Aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt. Wohlan, sprach der König, ihr habt getan, was euch geheißen, und nun bekommt ihr meine Tochter zum Weibe. Und es wurde eine Hochzeit gefeiert, wie man sie noch nie erlebt hatte. Nun besaß Jakob alles Glück der Welt. Aber er war unglücklich. Es trieb ihn immer noch diese alte Frage um. Das bemerkte auch die Königin und bat ihre Zofe um Rat. Diese sagte, ich hole euch nachher einen Eimer voller Kaulquappen. Wenn euer Gatte schläft, schüttet ihr den Eimer voller Kaulquappen mitsamt dem Wasser über ihn aus. Diese glibberigen Quallen werden ihm das Gruseln lernen. Gesagt, getan. Und als nun die nassen, glitschigen Kaulquappen aus dem Eimer auf Jakob fielen, schrie Jakob aus Leibeskräften. Oh, was gruselt mir, liebe Frau. Ja, jetzt weiß ich, was Gruseln ist. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gruseln sie sich noch heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gruseln sie sich noch heute.